Mein Name ist Maximus Dezimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der Spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau, und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder nächstes. Aurelius Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du bist zu Hause. Untertitelung des ZDF, 2020